Moin Moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Minecraft Mountain. Ich wünsche euch viel Spaß. Sag mal so, das war knapp. Oh? Oh? Pfff, 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 pfff. Wart? Ja, oben sind wir noch nicht. Ich würde den besten Fehler ever machen. Minecraft nach oben bauen. Nee, und da war nicht schlimmer. Ja, du siehst ja nicht was von unten bauen. Gefällt euch das Video? Dann zeigt es und lasst ein Like da. Hast du ein Creeper? Du bist noch nicht dabei. Ich bin noch ein Movedone. Ist das safe, ja? Nein. Was hat er jetzt noch? Nein. 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 Ich bin weg. Nein, gar nicht. Meine Güte, du blöde Kuh. Lass mich da da durch. Möse klar? Ja. Der kommt noch um. Guck mal. ich muss erst mal ein bisschen regenerieren alles klar der voll das scharfschütze sehe ich eigentlich aus der gegens bein also im schneegebiet geht die party auf dreh die baum einfach mal das fein im arsstecken ja weiß der gut wie wir jetzt mal zur abwechslung mit dem dorf oder so die sonne geht schon wieder hoch so so jetzt regnet das auch noch jetzt sehe ich die sonne nicht hier sind so viele umkreisen seines hegel sagt so immer so ein creeper zu mir so catchen wenn ich den bogen krieg das wird schon tag sehr gut woran willst du längst durchs schneegebiet durchs schneegebiet aber erst wenn es hell ist die gleich alle anfangen zu brennen die skelette haben richtige köche auf dem rücken ich glaube das ist alles dazu zugemacht worden zu neuen versionen jetzt mal anfangen zu brennen das ei müssen wir haben direkt unter mir dann brennen sie doch brennen sie doch auch noch meiner rüstung ich mach mal den louis ich auch das hier unten längst dann das hier oben die 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 gut ja ja moin koordinaten bitte minus 745 239 minus 473 gut alles klar versuch so viele sachen zum möglich zu suchen zu sammeln scheiße ach manno sonst ähm Grabe du dich doch mal da ein und guck, ob du irgendwie ein paar Ressourcen findest. Ja, im Moment bulldoze ich deine Sachen auf. Ja, das Ding ist ja, bau dich da in die Wand an. Oh, Alter. Bau dich in die Wand ein und such. Bau eine Kiste und pack meine Sachen da rein. Kacke. Ah, wie jetzt irgendwie oh, du kommst da schon durch. Scheiße. Scheiße. Normalerweise passiert dir das immer. Jo. Ganz traurig. Kallau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kacke. 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 das war es mit einer weiteren folge von minecraft mountain hat dir das video gefallen dann lass doch ein like da wenn du noch mehr davon sehen willst dann zeige es und lass ein abo da bis zum nächsten mal ciao ciao